hallo ist der martin für den mann hier ist das die dax analyse für nun dienstag den 27 6 2023 und unser dax will kein freibär unser dax will kein eis probieren wir mal mit ein bisschen härteren material gucken ob er auf sowas steht wenn wir uns das jetzt so anschauen das ist eigentlich genau das was wir gestern in der gestrigen analyse besprochen hatten dass ich hier nochmal einmal unten reinstechen kann oder alternativ eben oben mal sich über den hammer drüber legt 9 10 überwindet und nach oben raus reagiert ich sehe gerade die falle die hatte ich noch nach der eingesprochenen analyse gesetzt es fällt mir leid immer erst ein wenn ich für trading view dann die analyse einstelle dass er gar keine feile drin haben die ganzen tage irgendwie schon vergessen aber das wären das wenn meine trigger punkte ja also da einmal drüber insbesondere hier 9 10 8 85 das wird jetzt eigentlich entscheidungs zonen auf der oberseite denn wir haben wir sind dritten hammer hintereinander also eine triple hammer kombi keine ahnung ob es die gerade im sonderangebot irgendwo gibt bei hornbach keine ahnung auf jeden fall sehr ungewöhnlich sieht man nicht so oft drei hammer nur aber hintereinander muss halt aber auch nach oben umlegen das nützt nichts na deswegen sagen wir immer lang signal eben auch erst wenn er dann über die spitze oben drüber macht und das ist noch nicht dafür muss die 58 die 15.885 5.910 nach oben überwunden werden schafft er das dann wäre gebt los denkbar im bereich um 15 99 und später dann im wochenverlauf auch mehr aber muss es eben auch erst mal machen so unten haben wir jetzt diese schönen drei tips das war das was ich gestern gesprochen habe was man besprochen haben das was man sehr 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 oft im dax sieht also sind sehr bekannt das bild oft eben mit einer auflösung auch nach oben weil dadurch eine art verkeilung entsteht also kommen meistens dann auch die mit ihren wolfelwaves alle aus dem keller raus und finden dann plötzlich dass das jetzt eine trend umkehr werden kann das ist aber auch so egal ob mit wolfelwaves oder ohne oder mit verkeilung oder ohne potenzial hat er muss es nur nutzen nutzt das nicht kippt er uns wieder ab gibt auch unter 87 77 ab zum dienstag ist ein weiteres tief wahrscheinlich und ganz ehrlich dann glaube ich langsam nicht mehr dass er das packt er hat das jetzt einmal gut gemacht hat das dreimal gut abgefangen wir sind im kästchen vollkommen legitim also das muss jetzt nicht mal mehr bis hier in die letzte rille ausgebrochen werden so dass ich fast erwarten würde wenn er unten unsere ausfällt dass er dann halt auch gleich einen richtigen satz weitermacht also gerade wenn am dienstagnachmittag neue teams kommen also dienstagvormittag kurz und am montag runter stoßen 766 dann schnell wieder nach oben das vierte ding reinstellen das wäre noch vertretbar aber die drei sind jetzt da die drei tief sind das ist genau das was wir jetzt besprochen haben genau das hatte gemacht kerzenkörper hoch sind genau das und gestern gesprochen das muss jetzt eigentlich nutzen muss das nach oben umklappen ich glaube wenn er das nicht macht wenn er sich jetzt wieder hier unten auf tiefs macht ich glaube dann kicken sind um und dann treten sind dann treten es um richtig auf den schlips bis gut gut und gerne 55 gleich die dann über den dienstagnachmittag abend schon erreicht werden kann bis in den mittwoch hinein also da ein bisschen aufpassen dass man halt mit long auch wirklich erst das signal abpasst und das ist dann tatsächlich auch hier erst hier oben wenn wir wieder oberhalb von 885 29 uns etabliert bekommen ja und sollte halt versuchen dass sie unten zu halten ja also auch im sinne des abc muss das was wir hier die ganze zeit beobachten und verfolgen wäre es schon ratsam langsam dann den triggerpunkt nach oben mal umzulegen und eben nicht noch weiter und raus zu testen weil wenn wir dann einmal bei 55 sind dann sprechen wir auch ganz schön über 360 und viel tiefere ziele war also da muss man da muss man das muss man schon ganz klar abgrenzen ja deswegen da haben wir vorsichtig zu viel zu früh auf der langzeit da engagieren wirklich sehen oder beweise einfordern dass er auch stärke kann momentan kann er kann er gut sich wehren gegen die verkäufer das reicht ich er muss halt auch dominanz nach oben zeigen und wenn das aus bleibt dann kommen die verkäufer irgendwann hier unten durch und dann dann kann es übel werden ja also 6 60 bis 7 bis 700 das wäre nochmals vormittags die verkehr aber am nachmittag wir stehen dann schon rum rennen sehen das würde mir sonst zu sehr nach 55 4 60 und echt dann richtung 360 und tiefer riechen ja von daher würde ich dabei auch sogar schon belassen denke ich relativ eindeutig da gibt es nicht viel interpretations spielraum jetzt könnte man mit dem wufe irgendwelche anderen ziel aber das muss kommt immer alles auf das gleiche raus ja das ist ja das ist immer das interessante egal welche technik ich habe egal welche analyse zugrunde lege und wenn ich das volumen oder irgendwas anders kommt immer wieder auf die gleichen kurs auf die gleichen ziele und deswegen funktioniert das eigentlich auch immer so schön sich mit dem chart auseinanderzusetzen wenn man doch über verschiedene methodiken immer wieder ähnliches zutage trägt weil natürlich sich der markt eben danach bewegt wo die meisten gucken wo sie die stop loss setzen wo sie einsteigen da ist bewegung da sind dreh und angelpunkte und die muss man einfach nur physisch nutzen und eben auch abwarten geduldig bleiben nicht irgendwo drinnen rumrackeln wenn man ganz spontan denkt aber jetzt macht aber das und dann macht er eben genau das gegenteil ja sondern schön mit planen und koordiniert beobachten und dingsen so ok haben wir schon über seminarteppin gesprochen machen wir morgen ja kommt wir machen hier zu belast uns bei einer kurzen analyse hauen wir morgen mal einen neuen neuen termin raus und ich wünsche euch was macht's hübsch tschüss Gnade 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 Gnade